Wir sind das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus Weimar und das ist unser Logo, ein auseinandergelegtes Hakenkreuz. Wir sagen, nie wieder Faschismus, nie wieder eine rechtsextremistische Partei, eine rassistische Partei an die Macht in Thüringen, nirgendwo. Wir bauen ein neues Symbol. Lasst uns mit der Kampagne Weltoffenes Thüringen zusammenstehen. Gemeinsam auf dem Boden der Demokratie.